Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir unterhalten uns heute mit Albert Beny, Verwaltungsratspräsident von Geberit, über das Geschäftsjahr 2015. Herr Beny, spannendes Jahr für Geberit, letztes Jahr. Wie zufrieden sind Sie mit dem Jahresergebnis? Geberit erzielte einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden Franken mit einem Reingewinn von nahezu 500 Millionen Franken. Das ist ein solides und gutes Resultat. Drei Hauptfaktoren haben diese Ergebnisse beeinflusst. Einmal ein nach wie vor schwieriges Marktumfeld, zweitens der starke schwarze Franken und drittens die Integration des neu akquirierten Sanitätsgeschäftes. Wenn man diese drei Aspekte berücksichtigt, dann kann man sogar von einem sehr guten Resultat sprechen. Welcher Einfluss hatte die Aufhebung des Euro-Mindestkurses auf das Geschäftsergebnis? Geberit ist so aufgestellt, dass in den verschiedenen Währungsregionen die Kosten im gleichen Verhältnis einfallen, wie Umsätze erwirtschaftet werden. Trotzdem, nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 sahen wir uns gezwungen, unsere Preise im Schweizer Markt um 10% zu senken. Dies hatte natürlich einen direkten Einfluss auf die Marge. Kommen wir zu Sanitec. Sie hatten die Übernahme noch als CEO eingefädelt. Heute als Verwaltungsratspräsident. Wie beurteilen Sie die Integration? Es ist uns gelungen, den ambitionierten Fachplan zur Integration des Sanitätsgeschäftes einzuhalten. So treten wir zum Beispiel seit Anfang des Jahres und in allen Märkten als ein einziges Unternehmen auf. Bei der Zusammenlegung von Bereichen wie Rechnungswesen und Informatik wurde Grossartiges geleistet. Deshalb kann das Management nun damit beginnen, die bestehenden Synergiepotenziale zu erschliessen. Mit Sanitec ist Geberit heute ein anderes Unternehmen. Sie sind von hinter der Wand jetzt auch ins ganze Badezimmer, vor die Wand gekommen. Was ist der konkrete Nutzen für Ihre Kunden? Für Installateure und Sanitärplaner gibt es grosse Vorteile, wenn alle Komponenten aus einem einzigen Hersteller kommen. Dieser kann sicherstellen, dass Technik alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Die Endkunden haben darüber hinaus nur den Vorteil, dass alle installierten Komponente und Apparate optisch zueinander passen. Werden alle Märkte von diesem neuen Geberit profitieren können? Nein, noch nicht und noch lange nicht. Sanitec ist ein europäisches Unternehmen und wir sind im Moment gar nicht präsent in Nordamerika, mittleren Östern Afrika und in Asien. Sie haben gesagt, Sie sind mit dem Prozess der Integration sehr zufrieden, 2015. Selbstverständlich ist er noch nicht abgeschlossen. Wie geht es weiter 2016? Zuerst bleibt der Fokus nach wie vor auf dem Tagesgeschäft, das heisst weiterhin ein profitables Wachstum zu generieren. Was der Integration angeht, liegen die Prioritäten auf einer weiteren Harmonisierung von allen Systemen und natürlich die Realisierung von den ersten Synergien. Schauen wir uns das Gesamtbild zum Abschluss noch an. Wie beurteilen Sie das Wagtumfeld 2016 für Geberit als Ganzes? Die Bauindustrie bleibt nach wie vor sehr anspruchsvoll. In den verschiedenen Regionen und in den verschiedenen Bausektoren gibt es ganz verschiedene Bilder über die Zukunft von dieser Industrie. In anderen Worten, es ist sehr schwierig, mittelfristig gute Aussagen zu machen. Geberit ist aber optimal positioniert, um weitere profitable Machtanteile zu gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank.